Und herzlich willkommen zu meinem Open Broadcast Software Tutorial. Open Broadcast Software, ihr wisst, OBS, das kleine Kürzel. Jo, fangen wir mal gleich an. Mir geht es heute darum, einzig und allein um die Dateiausgabe. Das heißt, ihr macht halt um lokale Aufnahmen und wie ihr die halt optimieren könnt und was ihr da einstellen müsst, um halt ein optimales Ergebnis zu bekommen. Ein optimales Ergebnis ist ja, sagen wir mal, per Definition ein Video, was ruckelfrei ist, in der guten Qualität, hohe Auflösung. Dann halt was gut kommentiert ist. Also muss man halt ein Talent dazu haben, Gedanken auch aussprechen zu können. Und was gut vorbereitet ist. Das ist halt so die Regie. Und diese Sachen halt alle kombiniert sind halt an sich ein gutes Video. So, und wie erreichen wir das halt bei einer Dateiausgabe? Wichtig ist halt, hier diese ganzen Quellen und Szenen-Einstellungen, die habt ihr schon drauf. Also da könnt ihr euch andere Tutorials auch angucken, wie ihr das macht. Das müsst ihr schon drauf haben. Und ich gehe halt hier direkt in die Einstellung. Momentan muss ich ja eine komplette Monitoraufnahme machen, weil ich nur so Open Broadcast Software darstellen kann. Weil in einer Fensteraufnahme kann ich Open Broadcast Software nicht selber auswählen. Also ihr könnt ja hier nochmal gucken. Fensteraufnahme. Nehmen wir so mal bla. Hier. Ich kann sie halt, egal wie oft ich aktualisieren drücke, kann ich halt das Programm selber nicht auswählen. Deswegen muss ich halt eine Monitoraufnahme machen. So, gehen wir mal in die Einstellung. Wie gesagt, wichtig hier, Dateiausgabe. Ja. Benennt ihr eure Filezeit, so wie ihr wollt. Habt auch euer Profil drin, das ist auch ganz wichtig. Erstellt möglichst vieles Spiel ein eigenes Profil, weil jedes Spiel hat eine unterschiedliche Anforderung an das System und ihr müsst dann halt auch individuell einstellen. Ich hab also für jedes Spiel und für jeden Stream extra Einstellungsprofile erstellt. Und, jo. Dann gehen wir direkt in die Kodierung. Und das ist das eigentlich das Kernstück, das Herzstück. Die Einstellung, die ihr jetzt seht, ist sozusagen die End-Einstellung. Die normale Einstellung ist eigentlich, wenn die Povergröße weg ist, für Streamer die konstante Bitrate drin ist und dann halt ein relativ realistischer Wert. von der Max Bitrate. Ungefähr so sollte das aussehen, wenn ihr streamt. Dazu braucht ihr, ich sag mal, hier steht es auch, dieses graue unterlegte Ding, setzt die maximale Datenrate für den Stream. Dieser Wert sollte unter ihrem Upstream und ihrer Puffergröße liegen. Genau. Der Upstream, ich sag mal, wenn man wirklich streamen sollte, sollte man schon einen Upload von mindestens 10.000 haben, sprich, eine 50.000er Leitung. Und, ja, da kann man dann die Max Bitrate, weiß nicht, so auf 6.000 setzen. Ich glaub, Twitch empfiehlt 3.500. Ähm, ja, sollte gut möglich sein, sozusagen. Ja, dann gehen wir mal die Encoder durch. Ähm, der Encoder X264 ist meines Erachtens der Beste. Der hat zwar, also der hat die beste Qualität des Videos, sozusagen, die erreicht wird. Ähm, frisst da auch am meisten Performance. Also, der ist, ähm, so, so die, ich sag mal, ihr braucht ein gutes System, um den einsetzen zu können, kriegt aber auch als, ähm, Resultat eine sehr gute Qualität raus für euer Video. Dann gibt's noch den Quicksync. Das ist so ein Intel-basierter, ähm, Encoder über die CPU. Und dann gibt's noch den Nvidia, ähm, NVENC. Und das ist halt ein über den Grafikprozessor, ähm, aktivierter Encoder. Ich hab alle drei Mal ausprobiert. Bin zum Resultat gekommen, dass der, ähm, X264 halt der Beste ist von der Qualität her. Der Nvidia zum Beispiel ist halt sehr gut, wenn's darum geht, Performance. Also, ihr habt ein nicht so gutes System. Also, eure Hardware-Komponenten sind jetzt meinetwegen nicht so offen. Aktuell jetzt ein Standwort, trotzdem Stream. Und, ähm, habt auch das Problem, dass wenn ihr dieses Spiel spielt, habt ihr schon, sagen wir mal nur, bei, sagen wir mal bei Counter-Strike, habt ihr nur 100 FPS. Allein, wenn ihr das spielt, ohne aufzunehmen. Aber wenn ihr es dann aufnehmen würdet mit dem X264, habt ihr dann nur noch, ähm, 30 oder 40 FPS. Da würde sich dann zum Beispiel der Nvidia, NVENC, lohnen, weil der, ähm, die Performance eigentlich sehr gut hält. Also, ihr werdet dann vielleicht von 100 FPS runtergehen auf 80 oder so. Das heißt, ihr könnt's immer noch spielen. Einzige Problem daran ist halt, dass eure Video-Qualität, ähm, nicht so gut ist, weil, ja, der Encoder da nicht so viel, ich sag mal, ähm, Qualität erreichen kann. Ja, also, der ist halt wirklich nur für die Performance ausgelegt, dass ihr halt kurz Sachen aufnehmt. Ja. Und, ich sag mal, für Sachen wie, also, wo wenig Bewegung im Spiel ist, ich sag mal, für diese Aufnahme, die ich jetzt hier gerade mache, mit, mit meinem Desktop als Hintergrund und halt einem Fenster offen, da reicht, äh, der, äh, Grafikprozessor, Encoder hier von Nvidia völlig aus. Ja, ja, der Quick-Sync ist halt so die Mittelschiene. Also, die Video-Qualität ist jetzt nicht sehr gut, sondern, ich sag mal, eine Stufe drunter, die ist schon gut. Und, äh, die Performance wird auch nicht so hart in die Knie gezwungen, ähm, wie beim X264er. Ähm, ja, muss man für sich rausfinden, ob man jetzt den, also den Quick-Sync oder, ob man überhaupt Intel hat. Und, äh, ich meine, wenn ihr ein AMD habt oder so, dann habt ihr ja auch nicht so viel Auswahl. Und wenn ihr keine Nvidia-Kfee-Karte, sondern irgendwas anderes habt, dann, äh, logischerweise bleibt ja auch nur der X264er übrig. So. Gut. Dazu das. So. Dann lokale Aufnahme. Könnt ihr euch sofort immer angewöhnen, die CBA, also die konstante Bitrate, sofort wegzuklicken. Braucht ihr nicht. Das ist Quatsch. Das Ding ist halt nur wichtig für Stream. So. Dann, ähm, wenn ihr das wegklickt, könnt ihr ja auch die Qualitätsstufe einstellen. Da sucht ihr euch halt eine aus, die eurem, ähm, System entspricht. Bei mir, ich kann mir ja gerade die 10er-Qualität leisten. Ähm. Genau. Und dann der nächste Punkt ist die Max-Bitrate. Wenn ihr jetzt einfach wirklich nur den Encoder nehmt, Qualitätsstufe und dann die Max-Bitrate, dann sagt ihr dem Encoder nach Folgendes. Du, also sozusagen im Dialog, ja, äh, du Encoder sollst mir bitte ein Video produzieren in der Qualitätsstufe 10, darfst dabei, ähm, 3500 Kilobyte pro Sekunde oder Kolibit pro Sekunde erstellen, ähm, um diese Qualität zu erreichen. Ähm, jetzt würde jeder, der, ähm, das schnell kombiniert, auch sagen, na okay, dann setze ich halt einfach meine, ähm, Max-Bitrate, um die Qualität zu erhöhen, einfach nach oben. Das heißt, am Anfang auf 8000. Das heißt, der Encoder mit dieser Einstellung, ähm, verbraucht wirklich, äh, 8000 Kilobyte pro Sekunde, ja, äh, und generiert dann halt, versucht dann halt die Qualitätsstufe 10 zu erreichen. Ihr müsst euch vorstellen, die Belastung für einen, ähm, CPU, äh, wenn er dann, wenn er dann so einen Encoder drauf hat und, und ein CPU-lastiges Spiel, in meinem Fall in Counter-Strike, ähm, dann ist es höher und es geht halt auch in eure Performance rein, ne? Ähm, und je höher dieser Wert hier ist, desto mehr muss ja auch geackert werden, ne? Desto mehr muss halt transportiert werden. Und deswegen wird es bei den meisten halt auch ein bisschen tiefer liegen. Ich sag mal, wie gesagt, Twitch, also als Stream würde das 3500, äh, als Optimum sein. Problem ist aber, mit, ähm, 3500, auch in Qualitätsstufe 10, ich glaub nicht, dass man das so in jedem Fall erreichen könnte. Es ist halt echt abhängig von eurem Spiel. Ähm, es gibt aber noch eine andere Variante und darum geht's hier eigentlich in dem Video, wie man den Encoder einstellen kann. Wie gesagt, ich wiederhole das nochmal. Hier geht's darum, dass der Encoder eine Qualitätsstufe von 10 erreichen soll, ähm, und ihr aber festlegt, welche Bitrate er benutzt. Und die benutzt er dann konstant. Die benutzt er, da macht er keine Abweichung. Er geht dann nicht runter oder er geht auch nicht höher. Er benutzt dann halt direkt diese Bitrate, die ihr einstellt. Es gibt noch eine andere Variante, und zwar, indem ihr dann halt einfach, also die Bitrate ist dann Latte, die könnt, da könnte ich jetzt auch x reinschreiben. Geht wahrscheinlich nicht, weil er nur Zahlen akzeptiert. Ähm, ihr macht ja einfach die Benutzer-definierte Pulvergröße an und setzt diese auf 0. Wenn ihr das Teil auf 0 setzt, dann gebt ihr dem Encoder einen ganz anderen Befehl. Und zwar gebt ihr dem Encoder den Befehl sozusagen, ähm, erzeuge ein Video in der Qualitätsstufe 10, ja, und du darfst dir selber aussuchen, ähm, wie viel Bitrate du verwenden musst, um die, äh, Qualitätsstufe 10 zu erreichen. Und das ist halt das mega Ding. Also das ist halt echt das Geile an OBS, dass es das leisten kann. Weil, ähm, so müsst ihr euch nicht den Kopf zerbrechen, darüber, welche Bitrate jetzt, äh, ein Coder braucht, um das Video zu bekommen, sondern ihr könnt halt das einfach, und das gilt aber leider auch nur für die Dateiausgabe, ja, also für die lokale Aufnahme. Ihr könnt halt sagen, hier Encoder entschuldigt bitte selber, ähm, Hauptsache, ich kriege halt ein Video in der Qualitätsstufe raus, die ich hier eingestellt habe, ja, ob nun 10, 6, 8, oder weiß ich was, ja. So, das ist sehr eine Part, und dann gibt es noch einen zweiten Part, und zwar, ähm, könnt ihr ja bei Video eure Auflösung herunterskalieren, und eure, ähm, Frames per Second, also eure FPS einstellen. Die Frames per Second sind natürlich auf das Video bezogen, was ihr aufnehmt, und nicht auf eure Spielperformance im Spiel, ja. So, ähm, gehen wir mal kurz auf die FPS ein. Die FPS, wenn ihr einen, ähm, das ist immer das lustige FPS, Frames per Second, kann auch gleichzeitig FPS First Person Shooter heißen, und bei First Person Shooter, ähm, ist es super wichtig, ich meine, ihr habt, ihr seid permanent in Bewegung, es werden sehr viele Sachen gleichzeitig generiert, ähm, die, ich sag mal, ihr schwenkt die Kamera, äh, einmal 360 Grad, und in der Zeit muss halt euer Prozessor, ähm, und eure Grafikkarte, müssen halt das Echtzeit generieren, die ganzen Partikel der Umgebung, dann muss er, noch zusätzlich generiert werden, halt die, die Bewegung anderer Models, ähm, wo die hingucken, welche Ausrichtung, welche Position und so weiter und so fort, also muss sehr viel generiert werden, und das halt in Echtzeit, ähm, das heißt auch, dass euer Video in der Lage sein muss, das alles wirklich auch, ähm, aufzunehmen, und das heißt auch, dass die Bildfrequenz sozusagen höher sein muss, ähm, als bei einer statischen Aufnahme, wie eine, die ich jetzt hier gerade mache, mit dem Desktop und einfach nur, ähm, einem Fenster offen, ja, ähm, ähm, meine Empfehlung ist, sag mal, für First Person Shooter, solltet ihr so, ab 45 aufwärts benutzen, ja, ich denke mal, 45 sollte noch ausreichen, um relativ, das gut aufzunehmen, ich benutze selber, 60 FPS direkt, weil, kann ja mal doch irgendwie, sehr viel Zeugs kommen, und ich will halt einfach nicht, dass mein, ähm, PC ins Ruckeln kommt, ähm, bei anderen Spielen, wie zum Beispiel hier, League of Legends oder Dota, also bei den MOBAs, da ist ja so, dass, ähm, die Karte, also die Map, wo drauf ihr spielt, die ist ja meistens schon im Ladebalken vorgeladen, ja, natürlich bewegt sich da mal ein Blatt von einem Baum, oder ein Grashalm im Wind oder so, oder im, im, im Wasser springt ein Frisch da von A nach B, ich meine, das ist, das ist gescriptet, das sind Loops, das sind so Sachen, einmal geladen, dann können die halt auch permanent, die werden sowieso permanent abgespielt, aber die fressen halt nicht so viele Ressourcen, und, ähm, das einzige, was da neu und echtzeit, äh, generiert werden muss, sind ja halt die, ähm, Modelanimation, die Animation eurer, eurer Fähigkeiten, ähm, die Partikel, die dabei halt benutzt werden, und so, das ist die große Leistung dahinter, ähm, aber man kann deswegen auch mit den Frames for Second runtergehen, und zwar, ähm, ich würde mal sagen, so zwischen 30 und 40 reichen aus, für eine gute Qualität, gute Performance, äh, in einem Video für MOBAs. Ja, und da gibt's ja noch eine Stufe niedriger, ähm, wo noch weniger Performance ist, zum Beispiel so Spiele wie Magic Duets oder Hearthstone, ich meine, da ist ja der Hintergrund wirklich statisch, es ist, ich sag mal, es ist ein Bild, ja, da passiert animationstechnisch eigentlich fast gar nichts, einzige, was animiert ist, ist halt, weiß ich nicht, äh, die Karte irgendwie, wenn die sich dreht oder so, und, ähm, irgendwelche Animationen, die passieren, wenn man die Karte irgendwie benutzt, also, ich sag mal, sehr flach, da passiert nicht so viel, und deswegen kann man halt die FPS in so einem Spielen halt auch runterdrehen, sagen wir mal, zwischen 20 und 30, geht wahrscheinlich noch tiefer, hab ich persönlich auch noch nicht ausprobiert, also ich denke mal auch so, 15 FPS könnten halt auch reichen, und das ist halt wichtig, weil, wie gesagt, ihr wollt das, ähm, Video ja in einer guten Qualität präsentieren, und deswegen müsst ihr euch halt auch mit diesen Einstellungen auskennen, ihr müsst halt wissen, wann verwende ich welche Einstellung, um halt ein, ähm, gutes Qualitätsprodukt zu erzeugen, ja, und das waren die FPS, und wir können ja auch, wie gesagt, noch was machen, und zwar nämlich die Auflösung runterskalieren, sagen wir mal, also ich hab ja jetzt gerade die, den GTX 970, die ist ja, relativ aktuell, ja, trotzdem hab ich, wenn ich bei 60 FPS, und den Codierungseinstellungen, das sind original dieselben, die ich auch bei Counter-Strike fahre, äh, hier so eingestellt habe, ähm, hab ich trotzdem verrucke das Video, ja, ähm, wenn ich die, die Auflösung nicht herunterskaliere, also wenn ich die halt so nativ lasse, ja, ähm, ist zwar eine coole Auflösung, ist zwar nice, aber ich will halt nicht auf meine 60 FPS verzichten, und nicht, ähm, auf meine Qualitätsstufe 10, das heißt, ich hab nur noch die Option, an der, ähm, Auflösung zu skalieren, und das mach ich auch, indem ich sie halt um den Faktor 1,25, also 25% halt, reduziere, so, und, hier kann ich dann noch einstellen, ob ich es dann nicht von der Performance her halt nur bin, ähm, bcubic, sharper, oder, äh, langzose, einstelle, also, in Klammern steht's ja zum Glück dahinter, ob ich halt beste Details, gute Details, oder, äh, einfach nur beste Performance haben will, und ich benutze halt hier, ähm, die besten Details, und dann funktioniert das bei mir auch, also dann kann ich halt, normalerweise läuft, sagen wir mal, ContraStrike bei mir mit, sagen wir so, 250 bis 300 FPS, wenn ich jetzt mit diesen Einstellungen hier, ähm, das dann aufnehme, dann geht's runter auf 130 bis 150 FPS, und das ist dann, für mich immer noch spielbar, also ein First Person Shooter sollte halt, sagen wir mal, zwischen 80 bis 120 FPS, ist spielbar, alles was drüber ist, sagen wir mal, ja, ist gut, wenn's euer System kann, aber hat jetzt, ähm, keine wirklichen Auswirkungen, keine wirklichen Effekte, so, gut, dann haben wir das übernommen, und wir haben auch das mit den FPS erklärt, und mit der Skalierung, ich empfehle euch nur noch, mit der Skalierung geht nicht unter 1280 mal 720, ich meine, das ist bei mir ja ein Seitenverhältnis, Aufnahme von 16 zu 9, es gibt ja noch, ähm, die 3 zu, nee, die 4 zu 3er, ähm, die kann ich euch jetzt nicht erklären, und auch nicht sagen, welche Werte das sind, aber, ich glaub, 1024 mal 768 oder so, ist eins von den Formaten, und das solltet ihr auch nicht, ähm, nicht drunter gehen, warum? Einfach mal, weil die Leute, ähm, wie gesagt, ist ja eins meiner Kriterien gewesen, die ich halt am Anfang genannt habe, für ein gutes Video, ähm, und da gehört halt die hohe Auflösung auch dazu, und, wir leben nun mal in einer Zeit, wo die meisten halt, 1280 mal 720 locker anzeigen können, und das halt noch im YouTube-Voll, äh, Voll-Video-Modus, halt auch echt noch akzeptabel aussieht, ja, am besten ist natürlich, wenn man hier auf Full-HD geht, und so, und halt schon, äh, 1920 fährt, die ganze Zeit, aber, das erfordert halt auch ein Megasystem, das das halt auch leisten kann, wie gesagt, deswegen muss ich halt mit Kontos-Zweck auch runterskalieren, ja, ähm, sollte das mit der Runterskalierung nicht funktionieren, und ihr habt eure FPS noch nicht geändert, dann probiert es halt an den FPS, sollte es mit der Runterskalierung und den FPS immer noch nicht klappen, dass es ruckelfrei ist, dann solltet ihr wieder zurückgehen auf die Kodierung und an der Qualitätsstufe ändern, äh, drehen, wenn es dann wieder ruckelfrei ist, könnt ihr dann wieder langsam die, ähm, FPS nach oben schrauben, gucken, ob es weiterhin ruckelfrei bleibt, wenn das der Fall ist, könnt ihr probieren, auch nochmal die nächste, äh, nächst höhere Skalierungsstufe, äh, für die Auflesung zu nehmen, ja, also wie gesagt, was ich damit sagen will, ist, probiert es aus, ja, testet es rum, macht kleine Videos von, ähm, weiß nicht, geht ins Spiel, guckt euch die FPS im Spiel an ohne Aufnahme, macht die Aufnahme an, guckt euch dann die FPS an, lasst die Aufnahme ungefähr 30 Sekunden laufen, und bewegt euch, macht irgendwas, seid intensiv, macht so viel wie möglich, ähm, und stoppt dann die Aufnahme, guckt euch die Aufnahme an, und dann entscheidet ihr selber, ist es jetzt ruckelfrei, war das von der Performance, die ihr im Spiel hattet, überhaupt noch spielbar, war das flüssig, und so weiter und so fort, das müsst ihr dann entscheiden, und mit diesen, ähm, Einstellungsmöglichkeiten, also sie sind ja drei, ist ja die Qualitätsstufe, äh, die Runterskalierung und die FPS, könnt ihr dann halt, ähm, euer Video, äh, optimieren, ja, und das ist auch, ähm, der Hinweis von diesem Video gewesen, das ist auch der, das, der Tutorial-Hintergrund, und das könnt ihr auch alles nochmal nachlesen, auf meiner Seite, www.kleriker.de slash software, da, stelle ich euch die einzelnen Software, ähm, vor, die ich benutze, unter anderem halt auch Open Podcast Software, und den Tutorial-Guide, oder den Guide, habe ich so ein bisschen erstellt, im Zuge dessen, weil ich nämlich auch, ein, äh, halbes, dreiviertel Jahr OBS verwendet habe, ohne zu wissen, wie es richtig funktioniert, bis ich dann endlich mal, hier ein, ähm, Tutorial gefunden habe, von der offiziellen Seite, der schon echt Januar 2015 erschienen ist, und derjenige hat das echt super erklärt, hier ist nochmal der Link dazu, und ich habe es halt auch nochmal kurz zusammengefasst, ähm, alles was ich jetzt hier im Video besprochen habe, ist dann auch nochmal kurz in Bildern und in Schrift erklärt, und ich wünsche euch viel Spaß damit, das auszuprobieren, ich hoffe es hat euch geholfen, und, äh, ja, gebt mir Feedback und gute Laune, schönen Tag noch.